ich vermute okay hexa holt von denen dieses wagerl da wo ich helfen bleiben lustig irgendwie trauen sie sich nicht zu reden ja keine ahnung warum sind die alle im ds leute gibt es da was gratis zum essen jetzt schau jetzt einfach das makro mal hier auf den ok hinten bleiben und und auf hexa warten und abfangen meine keine antwort das ist auch eine antwort ja so wird es aber auch nicht er macht ja ich würde was gerne was sagen aber stellen hier dieses begeg haben deswegen sage ich jetzt besser mal nix dann sag was bevor das begegnen fängt ich habe keine ahnung von der bg also das kenne ich nicht so gut zwei basen halten so habe ich es bisher immer gespielt und wagerl defen bleibt mal hinten schauen was kommt wollten wir wie einer kommen dann lasse ich ihm durch und sage euch wo er hinläuft dann muss den abfangen er damit der fokusslern politik eben nicht da hinten ich würde bin in die mitte erwartet hier hat die flieger fast rein Ich bleib dir 5 schon Wir sind hier mit 3 Highlights in der Mitte, oder? Kommt der Tank-DK Noa, tap mal, ich hab was getapt Geht man damit auf den Dulu, den Koala, der an der Flagge ist? Dann tipp deine, fortgibt So, das Mask-Rap schickt ihn auf Wasser rein Nein, das ist kein Tank. Ich habe es nicht gesehen. Mit HH-Scheiben Regen Wie war es jetzt im Ds? Ich werde die Gruppe gleich wieder auflösen, nach dem RBG Ich weiß, wofür die Leute RBG spüren uns werden Ja, das eine ist das Reden, aber das andere ist, es kommt mir einfach mal den Schaden an Ja Respawn in 15 Schnell Die Zart get ho Die Gäste fällt doch einfach nichts. Die Leute haben uns nicht angedacht. Wer mit der Fahnen geht in der Mitte durch. Das sind wir. Vielleicht sollte bei euch einer Target Call machen. Sollte ja, vielleicht. Wir sollten die auch einfach zu Cs ansagen und eigentlich alles was man ansagen kann. Sollte! Hey, begin! Was ist das? Unsere Eile ist die beste. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.